Oh Mann. Ey, was heute abgeht, ich weiß nicht. Ey. Ihr dürft heute nicht die Zeitung aufschlagen. Ihr werdet echt wahnsinnig. Das hier ist Wow Taixaira de Faria. Und der ist echt geil. Der Mann ist mal richtig cool. Der ist selbst einander Wunderheiler und weltweit bekannt als Wunderheiler mit selbst ausgeführten Operationen und selbst Winfried Offrea Winfried Offrea war schon bei ihm, um zu kontrollieren, ob das alles stimmt. Er hat auch einen englischen Wikipedia-Eintrag, aber jetzt wurde er verhaftet. Er wurde jetzt verhaftet, weil er und das finde ich grandios, Entschuldigung, eigentlich ist es nicht grandios, eigentlich ist es auf jeden Fall hat er bei hübschen Frauen oder wenn er gerade geil war, behauptet, dass die Heilung nur stattfinden kann, wenn er oral befriedigt wird. Allein die Idee, wisst ihr? Allein die Idee ist ja schon geil. Allein die Idee ist ja schon geil. Auf jeden Fall haben sich jetzt über 350 Frauen gemeldet, die das auch tatsächlich gemacht haben. Da frage ich mich jetzt, mit wem soll ich Mitleid haben? Mit ihm, weil er verhaftet wurde, weil er wegen sexueller Nötigung per Haftbefehl gesucht wurde oder die Frau, die das freiwillig mitgemacht haben. Er hat sie ja nicht gezwungen. So wie es aussieht. Ich habe ein paar Artikel gelesen, hat er sie nicht gezwungen. Die haben das alle freiwillig gemacht. Der Mann ist jetzt 76 Jahre alt. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn zwei, drei behaupten, er hat sie gezwungen, kann er das Gegenteil nicht beweisen. Also ich denke mal, er wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Hat vor übrigens noch 8 Millionen Dollar, glaube ich, von seinem Konto abgehoben, weil er abhauen wollte. Und jetzt hat er sich freiwillig der Polizei gestellt. Heilung durch Oralverkehr. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich habe früher meinen Freundinnen immer erzählt, dass Pickel weggehen, wenn sie Sperma schlucken. Ja, hat oft funktioniert. Aber Heilung durch Oralverkehr war mir auch neu. Ja, ich heile deine Krankheiten indem du mir einbläst. Super. Alleine die Idee ist super. Und ganz ehrlich, die Frauen, die darauf reingefallen sind, ihr seid wirklich. Oh, er hat eine Notlage ausgenutzt. Wie kann man so dumm sein? Das hat nichts mit einer Notlage zu tun. Dummheit ist keine Notlage. Wollte ich nur noch loswerden. Und tschüss. Halt roh escribier. Ich bin разглядut, das ist ein cotton Gem karşı, Und ihr seid andet. Wie soll es gerade sein? Ich hoffe, es hilft, es ruf. е smoothen Stoff.